... Schau das Knie auf Benji, nimm nicht die Rübe drüber. Schön zielen Benji, super. Jetzt kommst du schön zielen, super. Jetzt die Ziele. Stopp! 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 Benji, komm ich, komm ich. Ja, der ist gut. Ja, du musst aufpassen. Ich hab dir gesagt, zielen. Du kannst dich nicht auf den Scheiß sein lassen, der ist erwachsen. So ist das. Jetzt gehen da die Platz. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Jetzt, die rechte Daten. Hände rüber. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Nur ein bisschen mehr. Hör mal. Hör mal. Jetzt. Die rechte. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Kommt schon, kommt schon neu, kommt schon neu. Dann kriegst du eine Minuspunkte. Dann sag mal, dass die zu irgendwo ist. Du bist echt ein Typ. Das gibt zu wenig. Hey! Starte Rechte! Ja, 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 ja! Ja! Zurechte, zurechte! Noch 10 Sekunden! Sieh nicht zu groß! Ach, Acht, hau doch mal in die Schuhe! Körter! 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 Los, hopp, dreh dich um! Wahnsinn, Alter! Ich wusste nicht, dass die so eng sind, wenn du fetten Füße. Nimm den Fuß so. Hacken hoch! Wahnsinn, Alter! Komm, ruhig, du! Du musst immer schön dich bewegen. Hau eine feste Faust und einen Low Kick machen. Der ist, ist egal, wie ich stelle. Du bist besser eigentlich, ich kann mal bewegen. Es geht nur Wasser. Komm, nirg, Fuß rein, hopp! Das geht immer wieder. Das ist ja wieder der Formel 1. Du bist gut, aber du musst ein bisschen mehr machen. Nach der 1 raus, machst du die Meiden, die hau schon hoch. Du bist gut. Du bist gut. Du brauchst nun doch nicht. Du bist precise, aber du musst mal bewegen. Das ist ja so, glaube ich. Komm, 2-1. Ah, hoi! Lass uns sein. Lass uns doch das sein. Jetzt noch bitte. Jetzt! Genau, super! Komm, 2-1. Komm, 2-1. Komm, 2-1. Komm, 2-1. Das ist ja auch nicht. Komm, 1-2. Das ist doch gut. Komm, 2-1. Halt! T31 Halt! Halt! T32 Halt! 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 Mange! Gleich ruhig, Benji. Eine Aktion mit Lägen. Warte, warte, warte. Aber du, Echte. Du, ja. Ja! Guck mal. Boah! Benji, du hast ein paar schöne Fragen. Ist das auch ein bisschen. Korrekt, 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 korrekt. Benji, du musst zielen. Mach weiter. 40 noch. Korrekt, korrekt, korrekt. Ja. 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 Benji, alles gut. Komm, Benji, bewegt dein Name. 30, komm, noch 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir ein drittes Training, ich setze da hin, stell dich hin und schau, das ist mir scheißegal. Wärst du erst mal zum Training gekommen, dann hättest du ja nicht. Da sind wir noch dran, die muss sich schön noch geregnen, schlag eins und nach so. Lass sie weg, das ist ja klar, das ist ja nicht so, aber das ist deine Kondition, das ist ja unbeschützend. Lass dich mal los für sechs Minuten, wahnsinnig. War eine Runde und eine Halbung. Ey, der ist schlimm. Aber der hat er auch etwas Lu ist, hast du auch nicht mehr. Ach, du hast dich immer durchgeschickt, du hast dich immer dikig Du hast Blöhmat, Bumpen und hast voll gekocht, aber gut nach Blöhmat, da macht er es auch nicht. Das ist ein Zäckig-Sau. Nö, du hast komm, ich halte mich. Kaa! Hände, du eine Schlange sind wir. Du hast kein Druck. Geh' noch, wir werden sie nicht. Du machst du mit der Konstanin, ich klinge, ne? Weg! Warte, warte, warte! Geh doch! Mach dich nicht sauer! Mach dich nicht sauer! Weg! 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 Welterl hat gewackelt! Benji, der war voll drin! Du bist gut! Eine Minute noch, Benji! Eine Minute, Benji! Aufwand! Genauso, Benji! Benji, wenn du ihn triffst, fällt da oben! Nicht schreien! Nicht aufzuhalten! Weg! 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 Benji, recht zieh! Die volle Hände! 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 Die Hände! Die Hände! Die Hände! Zulande treffen! Weg gehen! Auf geht's! Die Kanko hast du jeden Tag für mich! Warte! 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 Noch 10 Sekunden, Benji! Ich mag schon mal Darmfahrer sehen! Warte! 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 Wahnsinn! Du fahrst jetzt nur weil gut zu paulen! Du fahrst jetzt nicht gerade bei dem Schluss der Beste! Du bist jetzt alles heilt! Der ist nicht besser! Ich kann nur schon mal mit der Luft haben! Das ist die Paul-Schaube! Vielen Dank.